auf alles was wir lieben auf deutschland auf alles was wir hassen auf deutschland wir grüßen sie herzlich mit mir den autor des heutigen arzt Kurt Tuchanski und wie sich auch die weißen lieder ranken und wie sie ich werde allmählich grüßenwahnsinnig wenn ich lese und höre wie ich deutschland rühmiert habe und in all den jahren habe ich nicht einmal geschafft einen einzigen schutzpolizisten von seinem posten weg zu bekommen das schmerzt du kannst einem vorgauf dauer nicht das gegenteil von dem predigen was es will deshalb werde ich jetzt erst einmal das maul halten so